So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich Flügel gegnern Schaden zu, bei Cat Buck, nee, Daily Buggle oder wie heißt der andere Wort? Ach, mein Lieblingsort, Synapse Station. Wie gesagt, ihr müsst das nicht unten machen, ihr könnt den Schaden auch hier oben auf dem Schiff machen. Da habe ich nämlich eben auch schon gemacht, das ist natürlich Heiko und des Todes. Aber ich empfehle euch wirklich, nehmt hier die Stadt, ihr seht schon, ist halt wie zeltet. Ihr werdet wahrscheinlich zwei, dreimal landen können oder aber, eben habe ich auch einen Kill gemacht, aber keine Ahnung, der Schaden hat halt einfach überhaupt nicht gezählt. So, jetzt gucken wir erstmal, dass wir irgendwas an Waffen bekommen. Das sieht doch schon mal ganz knusprig aus. So, jetzt fettig. Ah, safe, so nice. Wie geht das? Nur so Dreckswaffengeld. Ich weiß jetzt nicht, ob der Bot zählt. Ich schau wieder raus hier. Hui, du kannst natürlich auch gehen. Aber ihr habt gesehen, selbst die Bot zählen, also ihr braucht euch da gar nicht anstrengen, lol. Dafür mache ich mir hier so einen Stress die ganze Zeit. Also, macht euren Schaden an den Bots und so habt ihr die Aufgabe auch ganz easy erreicht. Das wusste ich nämlich ja nicht, ob es funktioniert oder doch. Zack, zack, guck mal die EXP damit auch noch mit. Ich werde zwar jetzt sterben. Ja, ja. Und einmal runter. Und jetzt aber ganz schnell weg. So, aber ich hoffe, ich denke mal, ich konnte euch schon helfen. Wie gesagt, macht den Schaden einfach an den Wachen. Und so könnt ihr ganz easy die Aufgabe enden. Wieder ein Level mehr. Und in dem Sinne würde ich sagen, ihr könnt das Ganze auch schaffen. Und euch auf jeden Fall noch viel Spaß beim Leveln und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.